Hallo, willkommen bei einem neuen Part bei The Last of Us. So, und dieser Part wollt mir jetzt hier weitermachen. Ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Dann gehen wir arbeiten. Das werde ich Ihnen mal sagen. So, dann folgen wir sie erstmal. Ich muss hier ja den Typ finden, den ich letztes Mal angetreffen habe. Halt ihr Chef davon. Und da versuchen wir jetzt mal rauszufinden, wo der Callias ist, dieser Feigling. Ach, du Scheiße. Okay, jetzt weiß ich, ob die investiert sind. Die beiden sind schon mal nicht infiziert. Ich glaube bei der letzten oder so, bestimmt irgendeinen infiziert. Was ist jetzt los? Okay, die werden einfach so ausgerottet infiziert sind. Ja, muss wohl. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Wir wurden gelindt. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay. Bleib einfach cool. Dann geh mich weiter hinterher. Dann geh mich dann rein. Ausweisung gegeben. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Okay, verdammt. Die werden angegriffen. Gut, damit können wir schnell sprinten. Okay, mit L2 können wir rennen. Komm, rein mit uns. Gib Gummi. So viel zum einfachen Weg. Verarzt dich, okay? Okay, wir müssen uns verarzten. Das lernen wir jetzt mal. Dann gucken wir, wie das geht. Ah, das ist Steuerholz abgebildet. Muss man erstmal erkennen, ob das Steuerholz ist. Und so kommen wir Arzt. Sehr gut. Muss ich erstmal rausfinden, wie das geht. Ist ja nur neu. Und dann müssen wir hier Druck halten. Verstehe. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Herr Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht es am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Ja, gell. Was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Und wer sind denn die Fireflies? Die werden wir bestimmt bald mal kennen. Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Mir auch nicht. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht es aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht es hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joel, hilf mir mal damit. Okay, so kann man ihr sie helfen. Dann rühren wir damit. Ah, komm. Sehr schön. Dann geh mir da mal runter. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Weil unsere nur Infizierte, also jetzt müssen wir aufpassen, die lau hinter jeder Ecke. Wieso haben wir denn ohne eine Waffe unsere Wehre können? Das wird ganz besonders schwer. Ja, genau so, was ich wollte. Unsere Waffe. Wir haben viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, können wir sonst noch irgendwas aufheben? Erstmal gucken, bevor ich weitergehe. Okay, Cowboy. Okay. Hilf mir hoch. Okay, so können wir sie zielen. Okay, so können wir sie schlagen. Erstmal müssen wir alles austesten. So können wir uns bücken. Sofort. Okay, so können wir sie zielen. Das wäre geschlägt. Gut, dann hilf sie mal hoch. Hier. Gut so. Wie sehe ich so komme? Ah, komm, hilf mir mal. Ja. Komm so, alter Mann. Geh da hoch. Okay, da können wir die Schlappe aufmachen. Gut, endlich mal wieder oben. Tag, ich lese. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, erstmal gucken wir sie um, ob wir hier irgendwas aufheben können. So wäre möglich. Okay, hier gibt es nichts. So. Ich drücke mir erstmal jeder Raum ab. Gut, dann gehen wir hier mal raus. Wo ist die Leiter? Sie muss ja irgendwo sein. Ja, okay. Ich suche mal nach. So, irgendwo muss eine Leiter sein. Dann gucken wir mal, wo. Ich klappe dahinter. Ja, wie sagst du denn? Da ist die Leiter. Ja. Okay, da willst du hin? Kannst du gerne haben. Nicht ablegen. Okay. Okay. Immer die Frau aus der Erdlasse. Alles ist relativ. Gell? Hier lang. Klappt ja alles. Und man muss es bar. Die Steuerung funktioniert auch sehr, sehr gut. Okay. Hier können wir schon mal eine Softklaube aufmachen. Immer mit Dreieck. Nun leider ist da diesmal nichts drin. Okay. Aber hier können wir nur was aufmachen. Das haben wir hier. Gut. Okay. Dann gehen wir hier mal runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen. Hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte. Sporen. 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 Verdammt. Okay. Da ist halt der Virus. Die ganze Spore hier. Sporen sind ja überall diese komische Zombies. Nennen sie es mal. Wo kommen die her? Ist ja was hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Man sieht ja fast gar nichts. Okay, so können wir mich schleiße. Okay. Gehe ich vielleicht runter? Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Ja. Okay. Dados. Hier sollten wir durchpassen. Lust ne weg hier. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Pass auf. Pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Alter, dann kannst du effedesse. Bitte. Was willst du jetzt tun? Okay. Sollen wir ihn lösen? Leute, leider ging es anders. Da hätte ich ihn machen müssen. Weil. Denk mal nach. Der hätte ich ansonsten verwandelt. Da wird auch nicht gut für ihn gewesen. Deswegen besser mal ein lösen. Wo ich lang muss. Da wohne ich. Okay. Hier können wir durch. Oder? So. Gucken wir mal kurz mal. Vielleicht kann man so gut wie gar nichts hier erkennen. So. Das geht auf jeden Fall aus. Dann müsste ich hier durch. Ne. Von hier kamen wir doch. Oder? Okay. Von hier kamen wir. Also müssen wir es hier weiter. Okay. Gut. Gut. Okay, mir laus muss ich mir die ganzen Zombies jetzt. So, schön, leise. Gut, dann gehen wir weiter. Gut, renne mich schnell durch. Los! Alter! Ach komm! Alter! So, komm! Runter mit dir! So, dammit! Gut, aber nicht so schlau gelöst. Okay, das war nicht. Hoffentlich. Gehen wir zurück in die Stadt. Und das sagst du mir jetzt. Gut, gehen wir erstmal hier mal rein. Gut, hier sind wir fertig. Dann gucken wir, wo wir jetzt lang müssen. Okay, geben wir die Treppen hoch. So. Gut. So, hier sind wir sicher. wieder. Ah, frische Luft. Endlich sehen wir natürlich wieder was. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey. Wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Okay. So, dann laufen wir nicht mal weiter hinterher. Wo lang? Hier lang. Okay. Geht klar. So. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen jetzt noch ein Bild suchen, hat sie ja gemeint. Das machen wir dann mal. Verdammt. Das Brett ist weg. Ja. Dann müssen wir das Brett suchen. Ich hole es. Ja. Wo hätte wir das Brett? Ah, da. Hier. Reich ist rüber. Ja. Hier. Ja. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Ja. Eine starke Frau. So. Wir kommen wieder hoch. Nee. So nix. Ja. Dann müssen wir erst mal gucken, wie ich wieder hochkomme. Aber wie komme ich da hoch? Verdammt ey. Verscheinen sie von der Seite. Probieren wir ihn mal. Nee. Achso. Hier kommen wir hoch. Oder? Ja. Gut. Gut. So. Da wären wir. Gut. Dann kommen wir wieder. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Gut. Dann geben wir ihn lang. Alles klar. Komm. Okay. Wäre nichts. So. Folgen wir natürlich mal weiter. Okay. Wo bin ich lang? Hier wäre mehr Sainz. Mach zu. Okay. Wir brauchen sie noch. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Dann gehen wir weiter. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Na komm. Jetzt können wir weiter. Na komm. Na komm. So. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Ich kämpfe mir ja Sainz. So, dann gehen wir da mal runter. Dann machen wir da mit. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Ja, dann such mal weiter. Los geht's. Das macht dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß. Verdammt. Okay, eine kleine Ballerei jetzt. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Du bist tot, Arschloch. Ja, du musst auch. Verdammt. Verdammter Nebel, ey. Alter. Erst mal ein Deckel. Gut. Okay, das erste Mal erledigt. Okay. Gut gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Gut, wir haben uns geheilt. Jetzt können wir weiter. Ja. So. Okay, gut. Geht mir die Hand. Guter Geben. Da mal hoch. Sehr gut. Jetzt sehen wir ja Schleiß oben. Bitte. Okay. Okay, gehen wir da mal lang. Okay, gehen wir runter. weiter. Ich bin sicher, dass Sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Haben wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise kommen. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Gut, dann schleißen wir uns mal vorsichtig an. Okay, ist dann den Typ da. So. Immer mit der Ruhe. Genau so. Oh, verdammt! Okay, wo sind die denn jetzt? Sehr gut. Ach komm, Alter. Dann mach ich halt so. Komm so, Alter. Mistkerl. So. Das wäre ledig. Okay. Was gibt hier? Nichts, was ich nehmen könne. Doch, hier gibt was. Gut, wir laufen da mal weiter. Okay. Gehen wir da wieder rein. So, dann laufe ich jetzt mal zurück. Also, wieder vorwärts. Verdampfe Schlossel. Okay, können wir noch was aufsammeln. Gut. So. Hier kommen wir vielleicht so. Nee, kommen wir nicht so. Okay. Dann gucken wir uns erstmal um. Was wir so einsamen können jetzt. Von hier sind wir gekommen. Oder von da. Okay. Geh mir kurz mal zurück. Ah, der hat einen Schlüssel. Gut. Jetzt kann man fühlen, der hat eure Tür durch, wo mir vorher nicht durchkamen. Gut. Gut, Leute. Nächster Part machen wir hier weiter. Okay, Leute. Bis dann und haut rein. Gut. 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 Let's go! Let's go!